Einleitung und 360 Grad Ansicht Bridge-Kameras ähneln Spiegelreflex-Kameras beim Aussehen. Gerade bei der Bildqualität ist das vermeintlich gleiche Design aber ein Trugschluss. Die Sensoren der Spiegelreflex-Modelle sind deutlich größer, die Bildqualität ist je nach Modell erheblich besser. Dafür lässt sich mit Bridge-Kameras ein wesentlich größerer Zoom-Bereich abdecken. Die Nikon Coolpix L820 besitzt zur Bildaufnahme einen 1 zu 2,3 Zoll großen CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 15,9 Megapixel. Dieser bietet einen ISO-Empfindlichkeitsbereich von 125 bis 3200 bei voller Bildauflösung. Das 30-fach-Zoom-Objektiv deckt einen kleinbildäquivalenten Brennweitenbereich von sehr weitwinkeligen 22,5 bis 675 mm ab. Seine Lichtstärke liegt bei f3 in der Weitwinkelstellung und f5,8 bei der längsten Brennweite. Mit dem optischen VR-Bildstabilisator sollen Verwackelungen minimiert werden. Bei der Serienbildaufnahme sind etwas mehr als 8 Bilder pro Sekunde möglich. Makroaufnahmen lassen sich ab etwa 4 cm Abstand vom Motiv aufnehmen. Ein integriertes Blitzgerät ist vorhanden, ein Blitzschuh allerdings nicht. Das 3,0 zur große und mit 921.000 Subpixel hochauflösende LCD-Display ist starr verbaut. Videos nimmt die Nikon Coolpix L820 in Full-HD-Auflösung mit 30 Vollbildern pro Sekunde und H264-Codierung sowie Stereoton auf. Manuelle Einstellungen gibt es bei der L820 nur wenige. Die Digitalkamera besitzt nur eine Voll- und eine Programmautomatik. Ebenso vorhanden sind verschiedene Kreativfilter und Szenenprogramme. Betriebsbereit wiegt die Nikon Coolpix L820 genau 471 Gramm. Bilder und Videos werden auf SD, SDHC oder SDXC-Speicherkarten abgelegt. Zur Stromversorgung dienen 4 AA-Batterien bzw. Akkus. Neben diesem Einführungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie z.B. Näheres zur Ausstattung, dem Bildstabilisator und der Bildqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017